Da muss ich wahrscheinlich auch noch mal den Verwandten verarschen, oder? Weil das sind die einzigen, die ans Handy gehen, Alter. Yo, du Mutter, hast du fünf Minuten Zeit für eine Umfrage von der Chorotrogerie? Hast du Zeit? Alles klar, mach's gut, ciao! Yo, 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 ruf doch einfach mal an. Yo, ich ruf an, oder? Mailbox soll ich drauf sprechen. Nein, du, ich bin's. Hast du jetzt meine Nummer? Geil! Du musst die Scheiße auch noch schneiden, Alter. Jetzt geh an dein Handy ran, Mann. Hallo? Hallo? Ja? Hi, Müller, mein Name, von der Chorotrogerie. Ich ruf an wegen einer Umfrage am Telefon. Haben Sie fünf Minuten Zeit? Wie, hab ich nichts. Warum nicht? Hm? Warum nicht? Weil ich das... Ey, du bist eine Person von 40. Jetzt spiel doch wenigstens mal mit, Mann. Nein. Ey. Wer bist du? Ey.